herzlichen glückwunsch an alle Leute die heute gebürzt haben und herzlich willkommen bei red dog gamble ich spiele heute mech arena und da habe ich so eine quest gekriegt dass ich mit dem tank also mit dem mit dem mit dem panzer wie ist das panzer genau mvp muss und zurzeit habe ich nur den jungland als panzer hier das ist ein bisschen schwierig mit dem mvp zu werden aber ich probiere es mal viel spaß die erste runde geht los fünf gegen fünf ist es im wettbewerb ich muss mit ihnen hier mvp werden also muss ich mit ihnen auch spiel ich weiß wie es ist es nicht alle derzeit haben sie auch gut sie sind auch die Menschen sie sind die gut und die jahre und sie sind die gut und die schlecht und sie sind die gebeten die war ja noch nicht mal ein Kiel gekriegt kommt dann immer jetzt den ja balik Indon lagi kapan nanti nanti kalau balik indon woh überrascht von jay fox ah der ist nicht so gut eigentlich für diese runde weil ich schieße die Rakete ja immer nach oben und wenn ich hier nach oben schieße 5 4 hey 1 o'clock gleich sind alle meinen Mechs weg eh so wenig schaden gut war er jetzt wir starten wieder mit ihm hier er ist ohne verloren er 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 Also so werde ich kein MvP. Nur eine Unterstützung. Krieg ich wenigstens den Kill? Jawohl, ein Kill, endlich! Das muss man aufladen hier. 20... Okay, das müsste reichen. Für die letzten Sekunden. Los! Jawohl! 2 Kills und eine sehr lange Überlebungszeit gehabt, aber den muss halt vielleicht Standzeit... 1-1. Ah! Oh! Ah. Ah, den habe ich noch nicht gehabt. Den ganz oft, nee, den nicht. Den lieber nicht. Ich glaube, Artillerie hierbei kann man gar nicht gebrauchen. Nachladen. Nein, komm nicht hierher. Komm nicht hierher. Jetzt kannst du kommen. Rache. Nachladen. Ich sage, verstecke mich. Nachladen. Nachladen. Ui, ich werde beschossen. Geht doch. Ui, die Lüte. Nein. Verloren. Ah. Knapp verloren. Der falsche ist MvP. So ein Mist. Gut. Würde ich mal sagen. Wir gehen in der zweiten Runde. Dann, das gleiche, noch die zweite Runde. Okay, das ist die nächste Runde. Eigentlich die dritte Runde, weil die zweite Runde war Internet weg. Weil ich natürlich, äh, löschen die Runde, wo Internet weg ist, war auch nicht so gut gewesen. Entschuldigung. Ja, gut. Oh, alles gut. Kom, miri. Komm, miri. Komm, miri. Komm, miri. Naja, schon mal, das war wohl nichts. Ja, schon mal, das war schon mal. Ah, da war ja auch einer. Aber der hat mich hier nicht erwischt. Na gut, ich sehe schon wieder, ich bin mvp mit, äh, das war kamikaze. Okay, zweite Runde. Komm in. Komm in guys. Kau yang matikan dulu ya. Nanti live lagi, bye. Ich muss nachladen. Fünfzig prozent reicht. Nein. Weil er hätte ich wieder einen Kill gehabt mit ihm. Was soll's? Ja. 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 Nachladen, verstecken solange. Wer hat mich beschossen? Ach, das war ja einer von meinen. Ah, wo schießt ich denn hin? Naja, was soll's. Äh, wir nehmen den hier. Ah, zwei Niederlagen. Also wenn ich so weiterspiele, wird's auch eine dritte Niederlage. Also ich würde mal sagen, das liegt nicht an mir, das liegt daran, weil ich immer mit meinem Tank an Anfang losziehe und dadurch an Anfang zu wenig Scham mache. Und meine Gruppe dann an Anfang zu wenig Gegner rausnehme und die nehmen dann mehr von uns raus, mehr Mitspieler. Dadurch werden wir wahrscheinlich immer verlieren. Auch wenn ich dann an erster Stelle bin. Ich glaube, ich hoffe ihr konntet mir folgen, was ich meine. Gut, in der nächsten Runde 3 wird's wahrscheinlich genau so aussehen. Viel Spaß. Okay, und die dritte Runde geht los. Ich muss mal Shit aktivieren. Ah, super. Ich hab' mein Schild mir weggenommen. Ich hab' mein Schild mir weggenommen. Ich hab' mein Schild uns cheon names infected." Ah, cool. «Schön». Schön. Schön nach Spielzug. Das war's für heute. Der Brauchhilfe. Oh, der da hinten hat Raketen. Das ist anscheinend KI. Der steht hinten. Der schießt die ganze Zeit die Raketen ab. Obwohl er... Lass mal den hier wegmachen. Obwohl er in der Decke reinschießt. Ein normaler Spieler würde das, glaube ich, merken, dass er gegen eine Decke schießt. Die KI merkt das nicht. Ja. In der letzten Sekunde den Ausgleich geholt. Ah! 11, 10. Der Puppe wird mir nichts bringen hier. 12. Jawohl! Das war ein knapper Sieg. Naja, gewonnen haben wir noch nicht. So, erstmal nach vorne Stürm hier. In der Mitte. In der Mitte. Die sind alle rechts, also gehe ich hier lieber ein bisschen rechts rüber. Weil von dort scheine ich Rückendeckung zu haben, sage ich jetzt mal. Na, Unterstützung. Ah, Mensch. Schnell nachladen. Also, das Nachladen geht eigentlich schnell. Dann kann ich aber nur diese kleinen Schüsse hier machen. Supp, 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 supp. Nein, ich habe es in der Mitte. Ich habe sie hier bellen, ich habe es in die neue Zeit. Das war ja. Schnell nachladen. ganzen Kurssen. Ja. Das war ja. Herr, dass du das nicht modifier1 oder? Das war ja. ach okay jetzt meinen anderen aber ich glaube das wird jetzt zu spät werden zu spät das was sie voll sagt wir wollten schwachen mich an anfang loslegt dann hat man schon sehr viel fisch ist verschissen ja okay jetzt kommt mein stärkste mich rein von meinen hangar nein scheiß geschützturm der ist eigentlich auch stark nämlich allerdings der hier nichts hier aus wenn sie halt in der ecke reinlaufen wie deinen gang bringt nichts so i miss verloren schon drei niederlagen heute nur weil ich probiert habe mit meinem tank als mvp zu werden da bräuchte empfehler eine andere waffe für aber der thermal strahl thermal wie ist das thermal strahl sag ich jetzt mal thermal ans war es glaube ich ist zu schwach gut dann würde ich sagen das war's für heute ich sage danke für das zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr bei mir nicht so dabei seid bis zum wünsch viel spaß e Auf Wiedersehen. Tschüss.